Hallo Internet, draußen leider total schlechtes Wetter, aber na gut, dieses Video ist Teil der Tech Adventskalender Serie. Alle anderen Teilnehmer hierbei sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja und ich würde sagen, heute das Review zum Netgear Nighthawk X8. Fangen wir mal direkt an, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja ja, der Netgear Nighthawk X8. Ein WLAN-Router. Na gut, einer von der Größe her wie zwei WLAN-Router. Im Ernst, wenn ich daneben mal einen anderen Router halte, wird schnell deutlich, was ich meine. Noch stärker? Bitte! Hier nun mein 5,1 Zoll Smartphone auf den Router gelegt. Und ja, das ist eine echt große Kiste, was? Aber wir wissen ja, nur weil es von außen groß ist, heißt es nicht, dass es auch von innen gut ist. Ach ja, und zu der Größe kommt noch, dass das Gerät Antennen hat. Vier davon sind außen, welche man auch ausrichten kann, aber sind eh Rundumstrahler. Es bringt nur ein bisschen was, aber na gut. Ach ja, und der Router leuchtet übrigens auch schön mit seinen LEDs. Klar, er steht bei mir im Zimmer. Wenn ich nachts mal friedlich schlafen will, stören diese LEDs mich extrem. Aber dafür gibt es ja den LED-Knopf vorne. Einmal drücken werden aus den blinkenden LEDs stehende LEDs. Noch einmal drücken leuchtet nur noch die LED, welche zeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sehr gut Netgear, klug mitgetracht und ja, die LEDs an den Antennen gehen dann auch raus. Diese deaktivieren sich auch, wenn man das WLAN deaktiviert. Geht mit der Taste ganz einfach. Ach ja, und eine WPS-Taste gibt's auch. Also, alles Wichtige vorne dran. Schön wäre ja noch eine Taste für DECT, also für die Anmeldung von Schnurrlos Telefon. Ach, warte mal. Das Gerät hat keinerlei Telefonie-Funktion. So ist das. Wer ein ISDN-Modem hat oder Telefonie über eine Extra-Leitung oder ähnliches hat, kann diesen Router sehr gern bei sich nutzen. Ach ja, und ja, als Access-Point hinter einem bestehenden Router einrichten geht auch. So habe ich es auch gemacht. Was das bringt? Ganz einfach. Deutlich mehr WLAN-Leistung. Denn das Ding hat neben den vier großen externen Antennen auch noch vier weitere interne Antennen. Zusammen sind acht Antennen maximal 5300 MBit übers WLAN-Netzwerk. Das ist einerseits echt Wahnsinn, auf der anderen Seite jedoch wieder unnötig. WLAN-AC, N und weiteres ist übrigens alles mit dabei. Dafür ist ja allerdings die Reichweite echt beeindruckend. Nettge gibt an, der Router sei für sehr große Häuser. Und damit haben sie echt recht. Zwei Taschen tiefer habe ich doch circa die halbe WLAN-Stärke. Von meinem Haus aus, 150 Meter, durch mehrere Wände und noch ganz schwach WLAN. Ich kann euch hier nichts Großes Genaues zeigen. Aber was sagen. Die WLAN-Reichweite ist sehr gut. Auch im 5 GHz Band geht es voll in Ordnung. Es reicht aus. Davon gibt es übrigens zwei Stück, sodass man auf zwei GHz Kanälen zeitgleich funken kann. Dies ist praktisch für die Zukunft, in welcher sich das 5 GHz Band bei enger Bebauung in Großstädten füllen wird. Weiter aber jetzt mal hinten zu den Anschlüssen. Dort gibt es den WLAN-Port, dann zwei extra LAN-Ports, welche ihr zusammenschalten könnt. Damit sind da theoretisch zwei Gigabit über ein LAN machbar. Dazu gibt es auch noch vier weitere normale LAN-Ports mit bis zu ein Gigabit und den Stecker fürs Netzteil. Dieser fällt relativ groß aus, jedoch auch etwas schmal. Ich finde es sehr gut. Das Netzteil selber wird nicht wirklich warm. Dafür jedoch der Router. Wenn es WLAN aus ist, hält es sich absolut in Grenzen, da ist alles gut. Aber wenn es WLAN längere Zeit an ist, merkt man deutlich die erhöhte Wärme des Gerätes. Klar ist das negativ, aber auf Dauer doch nicht wirklich störend. Und normale WLAN-Router der Konkurrenz bleiben da nicht wirklich kühler. Der Router hat auf der einen Seite hinter einer Klappe auch noch ein USB 3.0 und ein USB 2.0-Port. Beide mit einer für den Alltag guten Geschwindigkeit. Darüber kann man auch noch sein Smartphone oder seine Powerbank aufladen. Und das ist echt unglaublich praktisch. Als Fazit gebe ich, dass es sich hierbei um einen sehr, sehr, sehr guten WLAN-Router handelt. Mit viel Leistung, einer hohen Reichweite. Aber lasst mal, der Preis ist ja auch noch da. Für diesen Router zahlt man zur Zeit ca. 400 Euro und das ist echt eine ganze, ganze Menge. Und gerade deswegen ist der Router nicht für alle gemacht, denke ich. Eine kleine Familie in einem kleinen Haus ist mit einem günstigeren Router besser dran. Die brauchen kein X8. Da bin ich ganz ehrlich. Da wäre dann z.B. der X4S von Netgear eine bessere Alternative. Dieser kostet nur ca. die Hälfte und hat dennoch für kleine Häuser ausreichend Leistung. Ach ja, und nur weil es sich bei Netgear um eine professionelle Firma handelt, keine Angst bei der Einrichtung. Denn diese ist wirklich einfach. Klar, AVM hat immer den Ruf, dass alles schön einfach ist und so weiter. Ja, das ist es auch. Aber bei Netgear ist es nicht wesentlich schwerer. Ich selbst kenne mich natürlich mit der Technik aus, habe kein Problem, diesen einzurichten. Aber auch diejenigen, die davon nicht so viel Ahnung haben, werden hierbei kein Problem haben. Denn das ist wirklich einfach. Aber für Familien in großen Häusern, die mit ihrem Router nicht zwingend telefonieren müssen, dass sie eine andere Telefonanlage oder ähnliches haben, für die ist dieser Router wirklich perfekt. Er hat eine sehr hohe Reichweite und so weiter. Er hat alles, was man braucht. Und da ist der Router wirklich ideal. Aber Netgear, ich habe da einen Vorschlag für die nächste Generation. Ich zeige das mal eben hier am Karton. Da sieht man ja hier diese Oberfläche, also diesen Kasten hier, was da hier oben drauf ist. Diese Fläche. Da wäre es doch mal möglich, dass man dort eine kabellose QI-Charging-Fläche raus macht, wo man sein Handy drauf lädt und das dann per Induktion auflädt. Denn das wäre wirklich praktisch. Ich meine, es heißt heute mal, der Router soll zentral ins Haus. Aber muss es auch einen wirklichen Mehrwert bieten? Denn mehr WLAN-Reichweite, der Router kommt weit genug. Deswegen, da wäre doch so eine kabellose Ladefläche obendrauf, dass man einfach nur ins Haus geht, ins Wohnzimmer, man legt sein Handy drauf und es lädt direkt auf. Das wäre doch mal eine super Sache und das wäre wirklich eine Revolution eines WLAN-Routers. Aber gut, ansonsten soll es das von meiner Seite jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht freundlich an Netgear für die Bereitstellung des Gerätes, damit ich dieses Review überhaupt für euch produzieren konnte. Ich hoffe, dass in Kooperation mit Netgear demnächst vielleicht noch mehr kommen wird. Denn ganz ehrlich, das hat mir wirklich Spaß gemacht und so WLAN-Router zu reviewen, werde ich demnächst vielleicht auch mal häufiger machen. Oder Repeater. Wer weiß, was in Zukunft kommen wird. Ansonsten, dieses Video war ja Teil der Tech-Adventskalender-Serie. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zum Produkt habt, unbedingt damit unten in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter und so weiter kennt ihr ja auch alles. Okay, das soll es dann ansonsten gewesen sein. Tschüss Internet! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020